Ja, wir sind hier in Kooperation mit der Schader Stiftung. Wir machen ja als hessisches Landesmuseum seit 2007 Ausstellungen zum Thema Kunst und gesellschaftliches Leben sozusagen. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich an diesem Diskurs, der in der Gesellschaftswissenschaft herrscht und der auch hier zum Tragen kommt und diskutiert wird, dass ich dabei bin, mich orientiere, mich inspirieren lasse und wenn möglich auch ein kleines bisschen beitragen kann. Nun ja, sie fördert und fordert auch zum Nachdenken, zum Analysieren und das Feld der Förderung und Forderung ist sehr komplex und sehr groß, wie wir heute auch gerade wieder gesehen und gehört haben. Das beeindruckt mich sehr, was die Schader Stiftung schon alles gemacht hat und auch in Zukunft hoffentlich machen wird.